Musik 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 Hallo Ja Das Thema war ich irgendwie beim Aufnahmen am Starten ist, hat sich mein Rechner kurz mal irgendwie stockt Na ja, egal Na ja, was für ein ruppiger Start wieder mal Ja Der will Wasserleichenfleisch Auf mir aus Hell yeah Bessere Wahn Juhu Und schon hat er eine Nailgun, die ganz ordentlich aussieht Ja Graus noch eine Narrenpistole, gell Und? Und er hat Munition zu verkaufen Haha Bingo Also ich glaube, wir sollten echt ab und zu mal diese scheiß Quests machen, wo die Shops aufgewertet werden Ja, die Max war halt eh so nebenbei Ja, wohl jetzt Wasserfleisch Wasserleichenfleisch Ja, aber ich habe den Quest als letztes angenommen Achso Wie nimmt man die an? Äh, du weißt schon in diesem komische Tab-Menü da In diesem komischen Team-Menü Okay Sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir vielleicht alles annehmen Aber ich weiß halt nicht, ob sich das für... naja Können wir sehen Soll ich den Baseballschläger gleich mal mitnehmen, weil er ist auch nicht schlecht Ach, ich nehme ihn selber mit Wenn er noch mit tragen kann Kann ich gleich mal gucken, ob ich für meine Keltenziegen schon alles notwendig habe Das war leer Leer Klebeband Gut Schutzzjäger Nein, das will ich nicht reparieren Nein, das will ich nicht reparieren Das will ich reparieren Kreissägenblatt Stagger Ja, will ich Proberieren wir da hin, Freund Und dann sind wir hoffentlich bald Stufe 48 Weil dann kann ich das schöne Ding tragen Da freue ich mich jetzt schon drauf Alter Schuhe, ist das Ding fett Lecko mio Wenn du das sagst Ich bin sogar aufgeschlagen Haha, Fähigkeiten Oh, was können wir denn jetzt noch machen? Ach so, ich bin sogar mit dem Ding fertig So Was kann ich hier? Was kann ich hier? So So Was ist alles angenommen? Niemals Wieso sollte ich das tun? Das ist doch schwachsinn Ja gut, die Rest kriegen ja bloß Waffenstufe Ja gut, die Rest kriegen ja bloß Waffenstufe Weapon Level, Weapon Level Bei uns sind Shop Level Also bei dem ist ja eh nur noch Den haben wir nämlich schon in der Waffenstufe drin Ja Und bei dem wäre das interessanteste Wenn wir den auf dem maximalen Weil Der hat Heavy Weapons Das ist das was dich interessiert Und der hat die Die Meine Waffen Also ich wüsste nicht Wer man noch braucht Weil die andere hat Blade Das braucht man nicht Die Medical Supply Das ist eigentlich auch schwachsinn Ja Weil da haben wir jetzt auch noch nicht so viel Und der Rest ist dann wieder Waffenskill Also das bringt eigentlich nichts Deswegen ist der eigentlich Als Einigste so richtig interessant für uns Ja Nicht an dem Wasser Dann machen wir weiter Dann machen wir weiter Und schon wieder ist das große Schweigen eingebrochen Ja Was ist denn los mit uns, hä? Weiß ich nicht Ich hab gedacht du redest so gerne Ich hab gedacht du redest so viel Ich hab gedacht du redest so viel Ich hab gedacht du redest immer zu Und jetzt redest du wieder gar nichts mehr Jetzt müssen wir erstmal einen Schlüssel finden Das ist ja furchtbar Mach mal auf, lass Glück hinein Was meinst du was ich grad versuch Pussy Die Sonne hat so lange gedauert, Mensch Ich dreh dir gleich ein Gesicht Dann weißt du warum es so lange gedauert hat So ich hab den Key Du Loser Da gibt's Munition Ich bin voll Neh mich ein wenig mehr Munition mit So So Dann bin jetzt die Tür offen Muss ja erstmal hier raus Kommen wir wieder Dann suchen wir mal ins Kino Machen sie es so Schieß ihn ab So drüber Falls du es nicht gemerkt hast Der liegt bereits tot im Staube Im Staube Jawohl im Staube Alle liegen sie tot im Staube Mach nur Platz Hatte ich vor Da liegt schon wieder Munition rum also mittlerweile Ja 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 Es wird das große Schweigen ne Es gibt ja nichts zu sagen Wieso gibt's nichts zu sagen Erzähl mir von deinem Tag Wie war das vom Geschlechten heute so Wir haben ja noch nicht viel geschlechtet Aber die paar wo wir geschlechtet haben Kannst du doch schon mal berichten Da oben Empfanden sie sie als sehr intelligent oder sehr schnell Da oben ist eine Truhe Das ist aber schön für dich Patrick Patrick Alle mal Verdammt Verdammt Das hätte er auch klappen können Das ist was ich spreche Du den Halskinder kapiert Oh ja Das war reiner Insider Und den werden wir niemals erklären Bis Kommentare drunter Schreie unter dem Video stehen Erklärt uns Erklärt uns Erklärt uns Bitte Euer erklärt mir gar nichts Ja Euer Plätze Insider Warum wir mit Ziegelstein aufeinander werfen Genau und wieso werfen wir eigentlich nicht mit Ziegelstein aufeinander werfen Wieso hast du eigentlich eine Maske an? Du hieß wieso hast du eigentlich eine Maske auf? Ja das ist doch schön für dich So ist der eigentlich überall Stroh rum Wieso kletterst du immer Leitern runter? Kannst auch einfach... Weil ich nicht so tief runterfallen darf wie du Achso Deswegen muss ich klettern Dafür kann ich schießen Warum nicht springen? Da lebt irgendwas Da lebt irgendwas Nix für ein Lahn Flaschenpost? Flaschenpost? Ich wusste, dass du noch lebt Was für den da Der Witz wird gillt für den da Der wreck Du ah Hast du wirklich gedacht, du könntest so, wenn du so lautstark auf mich zu rennst, mich erwischen? Frecke. Das war ein bisschen mit Flaschenpost gemeint. Neue, ich wär jetzt Flaschenpost. Ich hab halt irgendeine Flasche eingesammelt, da war scheinbar irgendwas dran oder drin oder drum. Achso, dann müssen wir die noch abgeben. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Ist das klar? Äh, die Tür hat gerade einen Kuh an. Apparently the lines went down and she had no way to contact me, so she packed up the kids and left Henderson for the airport. She's trying to get to Australia. She has an aunt in Adelaide, I just hope to go there on that bloody highway when the army dropped those bombs. If I were caught in that, if the military slaughtered my family, I swear to God I will find out who is your dead order and I will put a bullet in the head. Who's in here? Barenka? Hello? Is he behind me already? Yes, he just dropped off, but you know me as a good colleague, who I am. I thought I would shoot him now. Where are Carlos? Behind me. You should look at your back cover. I've noticed it. Andreas? What? What? Is there something? Yes, behind you. Neh сами... Fang! Ahh! Hahaha. Der schiebt mich! Man kann dich nicht mehr runterschubsen anscheinend. Aber der Effekt ist nicht mehr ganz so stark. Sö mal, probier mal nochmal. Doch eh so stark! Hahaha! Hih! Natürlich funktioniert es noch. Was ist denn da? Nichts was anderes. Hallo Carlos. Sprich lieber mit Carlos. Ok, sprich lieber mit Carlos. Natürlich bin ich sicher. Ok, was gibt er uns? Was zum... Achso, Geld. Geld oder uns gegeben. Bei lauter Entsetzen bin ich getroppt. Da hast du einen Tigerstein, kannst du auf mich werfen. Achso. Nicht weit genug. Und so. Oder so. Soll der Schwachsinn über... Du musst ein wenig höher zielen. Egal. Was soll der Schwachsinn überhaupt jetzt? Was treiben wir da schon wieder? Macht das irgendein Sinn, was wir da tun? Ja, weil was magst du eigentlich da? Du gehst schon wieder in die komplett falsche Richtung. Ich komm ja schon wieder. Megalief. Das ist eben die einzige Frage, die sie für mich stellt. Megaliefchen. Ich bin halt Megaliefchen, lass mich halt. Let's see what we got here. Form prematger... Im wichtig von Versmaßt. Cause heven dann noch Indisation. Und du wirst dich Soviet- Du wirst das schwer. Ihr begin auch schwer. Olle Ge Benedict! Im wichtig bleiben. mit blöden nicht toten wasserleichen da war noch eine von der sorte aber mir auch das hat auf die leiche da oben geschossen sicher, sicher, manchmal ist er nie richtig jetzt hört sich das keynote in der kuh an da kommt wieder einer von den ganzen scheiße, ja aus dem ersten Teil unbekannt zu spieg sehen rücken rücken vorsicht zu spät, ich bin tot ich auch ja danke ich hab die falsche Waffe die ganze Zeit ich hab nicht mit dem Typen gerechnet wo sind wir denn jetzt gelandet ich bin direkt wieder beim Typen ich nicht dann geh ich mal schon wieder raus ich hab keine Ahnung wo ich bin ich glaub ich bin im Kino oder so er ist tot ach blöder Idiot du bist irgendwo im Kino, ja da oben bist du da hochgekommen ich wurde einfach da hinten ist ein Ladder scheinbar ach schon wieder falsche Waffe ich dreh bald durch da komm auch nicht ins Kino rein ja wie gesagt dann auf die Ladder ach so loo jetzt kann ich von die Oben die Leiter runter ich hab keine Ahnung wie man normalerweise ins Kino kommt egal bei mir wurde irgendeiner Weg außen rum angezeigt ein Schwachsinn jetzt können wir so in ein Kino rein was ist soll denn der Müll erst noch da hab ich noch einen Vorteil daraus erarbeitet dass man gestorben ist das ist doch einfach nur dämlich echt ey, da setzt sich die Typen noch in ein Kino rein also wenn man noch nicht überzeugt war dass die Entwickler nichts gedacht haben dann wissen wir später noch jetzt ich glaube wir müssen ins nächste Stockwerk dann kann sein jetzt durchzoomen erstmal hier der Stockwerk erwängt kann sein jetzt durchzoomen erstmal hier der Stockwerk erwängt alles leer Bewege dich weg dann muss man irgendwie von da unten her rein eigentlich wohl da ist auch eigentlich zu naja egal man weiß es nicht man weiß nicht wir wurden einfach reingesetzt wir akzeptieren es einfach so und lachen uns drüber verreckt da geht's halt auf da geht's halt auf es geht nicht auf es geht nicht auf es ging nie auf es ging nie auf blöd der ist offen da hinten scheint der hintereingang oder so da hinten scheint der hintereingang oder so da hinten scheint der hintereingang oder so aber der aber der wenn wir auch nicht nahe guck mal keine ahnung ja wir müssen jetzt auf jeden Fall nach oben müssen wir den Helikopter rufen wahrscheinlich müssen wir die Einsatzkräfte holen muhaha ich glaube das hätte eigentlich über das Dach reingesollt ich glaube jetzt müssen wir rein oder wie ich habe keine ahnung ob das wahrscheinlich ist jetzt auf einmal das Theater weil das irgendwie ist Pfeil nach unten jetzt auf einmal ja ich glaube jetzt ist es voller Zombies weil da oben gibt es dann auch noch mal in der Railgun ich habe keine ahnung das ist dann für spät um es zu verteidigen weil dann sind die auch Defense Dinger die man aufstellen kann jetzt muss ich glaube ich erst mal unten säubern am Ende genau da wo wir jetzt gerade waren natürlich da wo wir jetzt gerade waren und ob mit Ich steh einfach wieder blöd hin, die Rano mach einfach nix. Ja, halt dich lieber raus. Ich kann nur nach hinten losgehen, wenn's die einmischt. Irgendwie noch unten ist noch irgendwo einer. Ja, aber mir auch. Ist eigentlich der tot. Damit war es wohl die letzte. Zuschauerraum ist mir jetzt. Ja. Klingt auch nicht grad besser. Nee, aber ich find's schon lustig. Also wenn wir woanders reinkommen sind wir reinkommen in die Zoll. Über ein Häus über das Dach und da sonst scheiß. Na ja, typisch. Typisch. Da ist in der lose Zeit. So, Arbeitszeilung perfekt. Aber natürlich wir sind immer perfekt. Come up here, please! The problem! Hä, mercy mercy, komm hier hoch? Na, da oben im Ding scheint irgendeiner zu sein. Die Frage ist, wie wir hochkommen. Ja, zurück glaube ich. Wahrscheinlich. So, jetzt gehen bei mir die Punkte da an. So, jetzt kommen wir hier durch. Siehst du machst rein da. Ich will mal schnell reparieren. Ja. Hm, ich glaub keiner die Hammer zwischendurch verwenden können. Naja egal. Oh, ich dachte sie werden mich töten. Danke sehr! Kein Problem. Ach, deswegen hat sie uns gesehen, weil sie im Vorführraum war. Oh, ach was. Ich brauche nur die Schlüssel von der Lodge. Oh. Danke wieder. Wenn es nicht für dich war, wäre es tot. Die Aufgabe ist klar. Alles verbarrikadieren. Alles zumachen. Alles... Alles töten, was sich bewegt und in meinem Leben ist. Okay. Was ist los? Nix. 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 Ich habe bloß wieder... Geräusche gehört. Ach ne, wir müssen nach unten. Nach unten müssen wir. Die hören Geräusche? Ja. Achso. Wahrscheinlich musst du... Ja, ja. Verstehe. Damit das Tor auch noch zugeht. Du ziehst hier gleich stumm finster. Äh, schon mal was von elektrischem Licht gehört? Ja, nein. Nein. Es ist ja interessant, dass das elektrische Licht überhaupt noch in dem Kino funktioniert. So. Und jetzt? Rund. Irgendwo müssen wir jetzt da hier. Keine Ahnung. Ja, wir müssen schon wieder zurück. Und die Bescheid gehen, dass wir alle Roladen runtergelassen haben. Ooooooh. 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 Sonst noch Wünsche? Warte mal. Now it's safe for the other to join us. A hostel in town was turned into a kind of field hospital. You might want to go over there. If you need more information, speak with Cecil. The building is cleared out and should be safe. I also found another survivor. Did you hear that? We going to be alright. We are on our way. Okay. Ja ho. Oh, kurz zur Unterbrechung. Oh, kurz zur Unterbrechung. Alles, was ich habe, ist in diesem Theater. Ich kann es nicht behalten, es zu lassen. Aber jetzt, nach all das passiert... Ich würde gerne mit dir gehen. Du bist willkommen, aber keine Prozesse. Wir sind alle in der gleichen Böse hier, und so wie ich kann, dieser Böse ist sinkend. Hat es Glück bei der Basis? Nein. Vielleicht ist die Radio. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Die Böse ist so schnell, die Armee hat eine Quarantäne-Zone entwickelt. Sie sagten, sie hat es unter Kontrolle. Was haben sie gemacht? Aus der Böse sieht gut aus. Wie ich sagte, Commander Briggs ist ein Freund meiner Freundin. Diese Böse ist unsere einzige Chance für Hilfe. Wir müssen da rein. Ich würde nicht. Die Militär haben diese Stadt abgeholt, und alle in der Stadt. Sie haben sich in dieser Böse. Jeder, der sich nahe, jeder, der zu Hilfe war, wurde getötet. Und nachdem, die Leute zu versuchen hat. Bloody heroes, eh? Jesus. Look, sie mussten haben gedacht, diese Bürger waren infectiert. Otherwise, sie hätten nie gemacht. Sure, sie würden. Just wie sie in Benoit. Just wie in Norbert. Man, das ist wie es funktioniert. Ist Harlow hier? Ich dachte, sie war mit dir. Wer hat sie gesehen? Wer hat sie gesehen? Ich... Ich dachte, wir sind wie verrückt. Ich dachte, sie war mit uns. Fuck! Sie hat sie hinterlassen. Sie hat sie hinterlassen. Jesus Christ, Frau Frau. Geh eine Grip. Oh, was? Sie werden sie? Chima ist richtig. Alle deine Immunen sind ein bisschen verrückt. Was hast du gesagt? Sie glauben nicht? Sie glauben uns nicht? Well, vielleicht nicht wir glauben. Sie glauben nicht. Alle, Just calm down! Es sind die Chemikalien. Die Mutagen. Sie sehen sie. Sie können sich gar nicht kontrollieren. Komm schon, Leute. Wir haben jetzt zu weit geflogen. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier, während Sie die Basis beobachten. Wenn die Regierungen Probleme machen, dann sprechen Sie mit ihnen auf der Radio. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir hier rauskommen. Mach deinen Job. Wir bleiben niemanden hinterlassen. Okay. Ich versuche, zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben. Aber, es wird schwer. Jeder dachte, dass sie sicher sein wäre. Hey, ich habe dir gesagt, dieses Ort war perfekt, nicht wahr? Und danke dir, für Sie zu retten, Jacqueline. Hier, hier, holen Sie das. Das ist das, was ich tun kann. Ich wünsche, dass wir nach den Docken kommen, aber die gesamte Barsche ist entzündet. Ich denke, die Militärische Basis ist der einzige Wahl. Das ist die Wahl. Das ist die Wahl. Das ist die Wahl.